Hallo meine Lieben, ich bin sowas Thomas aka Sparkojote. Heute zeige ich euch, wie ich im Jahr 2019 mit nur 29.000 Schweizer Franken hier in der Schweiz leben konnte. Ich zeige euch mein gesamtes Budget. Ich habe hier die App Home Budget offen. Von hier lese ich auch die ganzen Zahlen und Daten ab. Das könnte euch extrem interessieren. Ich gehe jetzt einfach mal direkt rein und zeige euch, wie viel ich in den einzelnen Kategorien verbraucht habe. Und zwar ist die erste Hauptkategorie monatliche Fixkosten. Und hier ist Handy-Abo drin, Netflix und so weiter, Miete. Ich gehe einfach mal direkt durch, dann seht ihr so ein bisschen, wie das aussieht. Für mein Handy-Abo habe ich insgesamt 354 Franken und 80 Rappen ausgegeben. Für Netflix 253 Franken und 80 Rappen und für YouTube Premium 191 Franken und 20 Rappen. Also das ist so ein bisschen Multimedia kann man sagen, mein Internet-Anschluss und so weiter. Das ist hier schon mal alles drin. Dann als Miete, das sind 8700 Franken, also ungefähr ein gutes Viertel von den Gesamtausgaben, also nicht schlecht. Hier sei noch gesagt, die Miete wird natürlich durch zwei geteilt mit mir und meiner Freundin. Dann haben wir Krankenkasse, das müssen wir hier in der Schweiz ja mit unserem Nettogehalt sozusagen zahlen. Das sind dann 2336 Franken und 80 Rappen und Steuern, auch ein relativ großer Posten, hatten wir jetzt dieses Jahr 7990 Franken und 40 Rappen. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier die Steuern wegnehmen würden, weil Steuern sind ja sozusagen abhängig vom Einkommen und nicht wirklich Ausgaben, die könnte man auch direkt abziehen. Dann hätten wir sogar nur um die 21.000 Schweizer Franken ausgegeben, um zu leben. Ja, weil wenn ich nichts mehr verdienen würde, dann würde ich auch keine Steuern mehr zahlen, bis auf 24 Franken Kopfsteuer und Vermögensteuer. Darum kann man hier so ein bisschen herumspielen, aber dennoch, die sind jetzt hier drin in diesen 29.000 Franken. Einfach, dass ihr das so ein bisschen auch auf dem Schirm habt und insgesamt sind das an monatlichen Fixausgaben 19.827 Franken und das ist auch wirklich der Großteil des Geldes mit zwei Drittel, ja. Weil jetzt kommen wir dann zum nächsten Posten und hier haben wir Lebensmittel. Das sind dann 3695 Franken für normale Lebensmittel. Das ist so insgesamt, das ist immer so eine monatliche Pauschale, die wir halt haben. Das wird dann halt immer sofort auf ein Gemeinschaftskonto versendet und da kaufen wir halt Essen einmal für den Kühlschrank und so weiter. Dann Mittagessen, also wenn ich auswärts essen gehe, habe ich 190 Franken und 40 Rappen gezahlt. Abendessen nochmal das gleiche, einfach auswärts Abendessen ist 245 Franken und 80 Rappen und Snacks 120 Franken und 95 Rappen und Getränke 193 Franken und 10 Rappen. Das sind solche, ich sage jetzt mal, Ausgaben, die ich halt einfach, wenn ich mal unterwegs bin, irgendwas snacken möchte oder am Wochenende irgendwo hingehe, halt über das ganze Jahr verteilt. Also ich finde das eigentlich noch ganz in Ordnung. Insgesamt Lebensmittel habe ich 4351 Franken und 20 Rappen ausgegeben für das ganze Jahr. Wie schon gesagt, diese Pauschale ist sozusagen, ja, wird nicht immer ganz ausgegeben, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, je nachdem. Und darum zählt es aber hier trotzdem meinem Budget als Gesamtausgabe, wenn man das halt so versteht, wie ich das meine. Dann haben wir als nächsten Punkt öffentliche Verkehrsmittel und hier habe ich bei den öffentlichen Verkehrsmitteln letztes Jahr 1290 Franken und 80 Rappen gezahlt. Da sind die Jahresabo mit inklusive und aber auch tatsächlich verschiedene Reisetickets. Ich bin letztes Jahr relativ viel gereist. Darum war das jetzt deutlich, deutlich teurer als sonst mit 1290 Franken und 80 Rappen. Ansonsten hätten wir da fast nur die Jahresabos gehabt und das wäre dann nochmal 400 Franken weniger gewesen. Aber ich bin halt relativ viel gereist. Dann haben wir Shopping und Service so ein bisschen. Hier muss ich noch so eine Klammer hinstellen, weil hier haben wir zwei Kategorien, Haustiere, Haushalt. Bei den Haustieren habe ich 700 Franken gezahlt, für Haushalt 1616 Franken und 30 Rappen. Das heißt, diese zwei Punkte sind wieder solche Pauschalen, die auf ein Gemeinschaftskonto kommen, so wie diese Lebensmittelpauschale, die wir vorher hatten. Das heißt, es sind nicht wirklich direkt Ausgaben, aber trotzdem Ausgaben, aber ich zähle es hier direkt als Ausgabe rein. Dann, so für Körperpflegeartikel 234 Franken und 75 Rappen. Da ist auch Haare schneiden und so weiter dabei, Färben, Geschenke 99 Franken, 20 Rappen und Spielzeug. Das sind dann teilweise, wenn ich mir ein Game kaufe oder sonst irgendwas, 71 Franken und 93 Rappen. Oder irgendwas auf AliExpress oder so hole. Dann haben wir, wie heißt es, Unterhaltung die Kategorie, meine Güte. Und hier haben wir Kino, da habe ich 120 Franken und 50 Rappen gezahlt oder ausgegeben. Dann für Apps 5 Franken 60. Also hier haben wir dann das eine oder andere App gekauft. Und hier noch Games, 39 Franken, das war World of Warcraft. Da habe ich mir die Dings gekauft, die ist das BlizzCon Ticket, ja. Also ist überschaubar. Da sind also die Kosten bei Unterhaltung 165 Franken und 10 Rappen. Also eigentlich ganz gediegen. Dann haben wir so eine sonstige Kategorie. Da sind so Flugtickets und alles mögliche drin, also so gemischt Zeug. Da ist es 434 Franken und 50 Rappen. Und in der letzten Kategorie Auto, für die Leute, die es nicht wissen, ich besitze ja selber kein Auto. Ich nutze auch kein Auto. Ich habe selber einfach so einen E-Scooter, wenn ich unterwegs bin. Oder ich benutze Carsharing. Hier in der Schweiz ist das Mobility ein sehr beliebter Carsharing-Anbieter. Das ist dann direkt kombiniert mit der ÖV-Karte für Bus, Bahn, Zug und so weiter. Und das ist dann auch gleich der Schlüssel. Also mega coole Sache. Und hier fürs Auto habe ich 236 Franken und 85 Rappen ausgegeben. Das ist dann halt einfach Carsharing-Kosten. Also das ist eigentlich ganz gediegen. Also so im Durchschnitt 20 Franken pro Monat fahre ich mit Mobility rum. Ich muss sagen, wenn ich ein Auto selber besitzen würde, würde ich im Monat alleine schon deutlich mehr als diese 236 Franken zahlen, die ich im gesamten Jahr 2019 gezahlt habe. Und all das eben zusammen ergibt dann 29.027 Franken und 63 Rappen. So viel habe ich insgesamt privat für mich ausgegeben, um zu leben. Ich möchte jetzt noch zum Schluss einfach noch so ein bisschen ein allgemeines Fazit dazu sagen. Hier zählen spezifisch nur die privaten Ausgaben dazu. Geschäftsausgaben zählen hier nicht dazu. Das heißt, wenn ich mir Arbeitsgeräte kaufe, wenn ich Freelancer zahle oder wenn ich irgendwelche Geschäftsreisen tätige, gehören die hier nicht dazu. Die werden dann getrennt, gesondert abgerechnet, weil das natürlich dann auch steuerlich relevant ist, weil die dann auch völlig geltend gemacht werden können, abgezogen werden können vom Gewinn, sodass der Gewinn auch gesenkt wird und so weiter, weil das halt Geschäftsausgaben sind. Das heißt, hier muss man das strikt trennen. Das sind wirklich meine Privat-Privatausgaben, wenn ich einfach nur so lebe, wie ich halt selber lebe, privat esse, trinke, Videospiele, spiele, was auch immer. Aber sobald zum Beispiel auch mal nach Stuttgart gereist wird für die Invest oder irgendwie zur P2P-Conference in Riga nach Hamburg oder zum Beispiel auch das iPad als Arbeitsgerät, das sind alles Geschäftsausgaben. Auch zum Beispiel das Handy, das geht jetzt alles unter Geschäftsausgabe. Da muss man das halt so ein bisschen gesondert ansehen. Aber der Punkt ist wiederum schlussendlich, was jetzt für euch wahrscheinlich deutlich, deutlich interessanter ist, was habe ich privat ausgegeben, was verdiene ich dann auch privat, also was zahle ich mir für ein Gehalt aus, wie viel von diesem Gehalt bleibt mir übrig, was ich mit dem Gehalt halt machen kann, weil so ein Brutto-Umsatz ist halt weniger aussagekräftig in meinen Augen, weil sehr wichtig ist, was bleibt übrig. Also im Moment zahle ich mir ein Gehalt von 20.000 Franken netto aus. Bei uns ist netto in der Schweiz vor Steuern, das heißt einfach 20.000 bekomme ich ausgezahlt und darauf muss ich noch Steuern zahlen. Aber um das so ein bisschen verständlich zu haben, wenn ich dann diese ungefähr 2.450 Franken Ausgaben habe, habe ich eine Sparquote auf mein Nettoeinkommen sozusagen oder ja auf mein Nettoeinkommen vor Steuern, habe ich eine Sparquote von über 85 Prozent, dass das auch so ein bisschen verständlich ist. Wenn wir jetzt die Steuern noch abziehen würden, das sind ungefähr, ich sage jetzt mal 20, 25 Prozent oder so. Das heißt, wir wären dann immer noch bei einer sehr, sehr guten Sparquote von deutlich über 75, 80 Prozent und das ist halt schon echt mega, mega, mega krass und das zeigt halt einfach auch so ein bisschen, und ich möchte halt auch einfach zeigen, ich versuche natürlich möglichst die Lifestyle-Inflation zu vermeiden, weil ich sie auch nicht unbedingt brauche im Moment. Also das heißt, es ist so ein bisschen, ich verzichte nicht drauf, weil ich es halt aber auch nicht brauche, wenn mir aber zum Beispiel danach ist und das ist jetzt im letzten Jahr tatsächlich passiert, wir haben jetzt ja statt einer Katze haben wir drei Katzen. Das ist natürlich ein deutlichen Kostenanstieg bei den Haustieren. Das ist so gesehen, kostet das jetzt halt mehr, aber das ist jetzt etwas, das ich in Ordnung finde. Also das heißt, ich zahle lieber, also das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich zahle lieber mehr Geld dafür, dass ich jetzt hier Haustiere habe und denen geht es gut, anstatt dass ich mehr Geld zahle und ein Auto habe, das draußen steht, 99 Prozent der Zeit nicht benutzt wird. Also ich hoffe, man versteht da so ein bisschen meinen Gedankengang. Letztes Mal, als ich das so angesprochen habe, gab es ja so ein paar Kommentare, die etwas bissig waren. Die haben dann gesagt, hey, du darfst doch Haustiere nicht als Lifestyle-Inflation ansehen, meine Güte. Aber jedem das Seine und ich hoffe, dieses Video hat dir so ein bisschen gezeigt, wie ich hier in der Schweiz lebe mit diesen Ausgaben und wie ich da dabei rumkomme. Und das ist ein relativ, so nochmal auch als Vergleich zum Schluss, zum sagen, es ist relativ wenig, was ich ausgebe hier. Also es ist wirklich sehr, 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 die sehr wenige Leute geben tatsächlich so wenig aus pro Monat privat, weil wenn man sich das mal so anschaut, gibt es Leute, die verdienen das Doppelte und kommen fast nicht über die Runden. Aber eben jedem das Seine. Ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen zeigen, wie das bei mir so ein bisschen aussieht, wie das in der Schweiz für euch aussehen könnte, wenn ihr Interesse habt. Vielleicht auch mal hier vorbeizukommen oder insgesamt hier vielleicht auch zu leben langfristig. Dann empfehle ich euch auch unbedingt den Auswanderlux abzuchecken, den Christian. Einfach auf YouTube suchen, Auswanderlux oder Auswanderlux.ch. Der macht Content dazu, wie man als Deutscher oder Österreicher in die Schweiz auswandern kann und hier arbeiten kann und Fuß fassen kann. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, um keine Videos mehr zu verpassen. Könnt ihr auch gerne die Glocke betätigen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö, Leute. Tschö, Leute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017